Peaks. Peaks ist ein Stichspiel aus der Kartenspielreihe, die tollen Kleinen. Aber anders als bei den meisten Stichspielen geht es hier darum, Stiche zu vermeiden. Denn die Kakteen sehen zwar ganz witzig aus, bringen einem am Ende aber nur Minuspunkte ein. Peaks ist ein Spiel für zwei bis vier trickreiche Spieler ab acht Jahre. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020